so einen wunderschönen guten morgen willkommen zu einer neuen spannenden runter aktien round ab wir werden uns heute mit der aktie coinbase beschäftigen und erkennt diese teilung ja heute morgen wenn wir durch die aktie gehen wir werden die aktie besprechen was ist rechts und links gerade spannend es ist vieles los in der crypto welt kann man sagen es gibt crypto etfs viele flüsse oder geldflüsse sind gerade zu sehen in viele richtungen und wir wollen dass man so ein bisschen angucken und auch wie coinbase davon eventuell profitiert oder auch nicht profitieren könnte und heute nachmittag gucken wir das ganze noch mal stärker in zahlen daten fakten an nehmen auch mal so die ein oder andere crypto aktie dazu insbesondere auch micro strategy die einen oder anderen werden die aktie kennen eigentlich ein großes unternehmen was sich insbesondere damit beschäftigt bitcoins zu kaufen und bitcoins zu halten und ja in der letzten zeit hat man damit mal nach langer zeit wieder sehr gute renditen erzielen können schauen wir uns alles an wir starten aber mit einer kurzen übersicht zu der aktie coinbase und coinbase gibt es ja noch gar nicht allzu lange muss man so sagen ungefähr zehn jahre zwölf jahre jetzt noch gar nicht so lange an der börse aber momentan halt wieder sehr sehr stark im gespräch und das liegt nicht nur daran dass ich auch die bitcoin kurse man sieht man so ein bisschen verbessert haben zumindest langfristig betrachtet sondern auch in der thematik rund um das thema bitcoins und bitcoins etfs wie sind man die bitcoin etfs nachdem sie jetzt zugelassen wurden aufgelistet und man sieht so ein bisschen und das sieht man in dieser spalte wie viele man sagt man bitcoin flows ist in dieser etfs gab das heißt wie viel zufluss an kapital ist in dieser produkte gab und jetzt sieht man das ist alles alles positiv außer hier unten und das ist dieser grayscale investment lc etf kann man so sagen woran liegt das ganze da dass dieses produkt gab es schon vorher und vorher wurde das ganze quasi aber als trust betrieben also eine vorart form betrieben und man sieht das volumen ist immer noch sehr sehr hoch ist es jetzt noch nicht der aktuellste stand aber hier so ziemlich man sieht aber auch ganz gut dass halt die kostenstruktur sich nicht geändert hat das heißt dieser etf hier unten der ist quasi von einem trust in ein etf gewandelt wurden allerdings mit deutlich deutlich höheren kosten als bei den obrigen produkten zu sehen ist interessanterweise sind die etfs die am voluminösesten sind gar nicht unbedingt die billigsten sondern das nicht die die insbesondere renommiert sind man sieht hier oben zum beispiel blackrock definitiv einer der beliebtesten in diesem rahmen und was man aber auch gut sehen kann ist es hat sich schon was getan aber es kann noch ein bisschen mehr werden kann man so sagen und die große frage die sich jetzt viele stellen ja wie betrifft das jetzt nicht nur den bitcoin weil der bitcoin das ist jetzt die große meinung der wird steigen oder soll jetzt auch weiter steigen weil ich sage jetzt mal weil viele privat anleger eventuell jetzt einfacher in den bitcoin investieren können so zumindest die hypothese allerdings gibt es natürlich neben dem bitcoin den wir uns heute natürlich auch noch mal angucken auch ja die thematik rund um coinbase denn coinbase ist ja bisher eigentlich so die zentrale anlaufstelle gewesen für alle etwas konservativeren anleger die aber trotzdem in kryptowährungen investieren wollten und die angst ist jetzt natürlich dass man zum einen sagt okay die assets werden dort rausgezogen oder verkauft und man steigt dafür ein in ein etf ein das hat so man kann sagen so zweierlei komponenten wenn das natürlich im großen großen maßstab geschieht dann ist es tatsächlich so dass relativ kurzfristig ja diese transaktions oder handelsgebühren von coinbase auch zurückgehen würden auf der anderen seite sieht man aber dass hinter vielen dieser etfs also eigentlich fast allen coinbase auch als verwahrstelle gilt das heißt wer hier in den etf investiert investiert damit auch die indirekt wieder in coinbase die gebühren sind natürlich nicht so hoch wie wenn das die privaten anleger direkt machen allerdings steckt dahinter am ende doch coinbase und wenn es dann wieder eine flut gibt an interessierten investoren ist coinbase definitiv auch ein paar davon der wahrscheinlich sehr stark profitieren wird wir sind aber schon sehr stark in das thema eingetaucht wir fangen noch mal ganz ganz vorne an und zwar mit der aktie von coinbase und dem unternehmen coinbase und wie es eigentlich entstanden ist ich habe es gerade eben schon angesprochen 2012 ging es los also mittlerweile zwölf jahre ungefähr her relativ unbekannt war da zu dieser zeit noch das thema kryptowährungen auch der bitcoin war zu dieser zeit noch ziemlich unbekannt es ging eher so um diese diese faszination rund um das thema der technologie und dementsprechend sind die gründer auch so ein bisschen aus der szene der programmierer der programmier wettbewerbe sie haben damals so ein kleines programm gewonnen und hatten damit eine anschubfinanzierung von 150.000 us-dollar womit sie dann ja coinbase quasi vorangetrieben haben der gründer und ein sein co gründer waren quasi ein sehr technologie affines ein technologie affiner part und ein goldman sex händler und die beiden haben sich zusammengeschlossen haben über die jahre das unternehmen halt immer weiterentwickelt und da ist man kann sagen viele jahre relativ wenig passiert wobei im unternehmen schon viel passiert ist man hat sich nämlich darum gekümmert auch hier schon einfacher zugang zu kryptowährungen zu bekommen man wollte kryptowährungen einfacher überweisen können die transaktionen vereinfachen können das war so das große ziel und das hat in der ersten zeit auch gut funktioniert denn bis 2014 hatte man wirklich eine million nutze auch in dem unternehmen was natürlich zu einer zeit in der das ganze noch relativ unbekannt war schon ja ein positiver schritt war aber das ganze hat sich dann weiterentwickelt mit weiteren inhalten es gab dann plattform für institutionelle anleger es gab dann ja ausrollungen in die weite welt nach singapur nach kanada ist man dann erstmal expandiert was aber natürlich wirklich dass der start schoss war war am ende auch die ja entwicklung des bitcoins und an der stelle gehen wir noch mal ganz kurz herein und schauen uns wirklich einmal das ganze im chart an und wir fangen mal an und schauen uns ja kann man sagen coinbase und bitcoin einmal im vergleich an sie sehen das jetzt hier gerade noch mal im tageschart wir gehen mal in den wochenchart und man sieht ganz gut beide hier so im vergleich es ging nämlich ja 2021 in diesem rahmen jetzt hier für coinbase los wenn ich jetzt coinbase mal hier rausnehmen und wir uns wirklich mal mit dem bitcoin isoliert beschäftigen das ist jetzt auch die notierung hier von coinbase dann sieht man so ein bisschen in 2018 er da war noch verhältnismäßig relativ wenig los und dann ging es halt sehr sehr stark bergauf in den jahren 20 21 es gab ja noch ein neues hoch 20 21 und das war natürlich auch der große schub für coinbase allerdings ging es halt schon vorher los dass man sich das mit einer weile denkt man ja da war ja nicht viel los aber man sieht es ja wenn ich im grafen halt weiter nach links gehe nehmen wir hier den vergleich raus dann sieht man es auch in richtigen zahlen dann sieht man natürlich ja 2015 nicht viel los 16 nicht viel los 17 nicht viel los und dann gab es halt dieses erste sehr sehr hohe zwischen hoch im jahr oder am ende 2017 mit knapp 20.000 us-dollar danach ging es ja deutlich bergab im vergleich zu den kurssprüngen die es danach gab sieht das ganze natürlich relativ klein aus aber damit ging es auch für coinbase richtig los und wir haben es gerade eben im chart gesehen es gab coinbase zu diesem zeitpunkt noch nicht allerdings gab es dann den börsengang und dazu gehen wir noch mal kurz hierhin zurück dann im verlauf der jahre kann man so sagen denn ja nachdem dieser erste durchbruch kam und man wirklich 2017 dieses erste deutlich erhöhte handelsvolumen durch die deutlich erhöhte beliebtheit von bitcoin gesehen hat sieht man auch hier dann natürlich dass die aktie sehr sehr gut gelaufen ist aber insbesondere halt auch dass man ja an die börse gegangen ist und dieser börsengang hat genau dazu geführt dass man das ganze eigentlich so ein bisschen in die regulatorisch grüne ecke bekommen wollte kann man so sagen denn man wollte es wirklich schaffen transparenter zu werden man wollte es schaffen das ganze am markt besser darzustellen und auch als börse und als unternehmen dort besser aufzutreten und damit sich auch insbesondere halt von der anderen teilen quasi der der kryptowelt abzusetzen also immer noch es gibt ja auch quasi kraken als große börse es gibt beinance als große börse und beide stehen jetzt nicht für die höchste transparenz und für ja die höchste durch durchsichtigkeit für für außenstehende und dementsprechend wollte coinbase hier so einen anderen weg gehen hat dann den börsengang gewagt es war dann auch ein sehr sehr fulminanter börsengang und dieser börsengang hat dazu geführt dass ja die aktie fast explodiert ist aber allerdings sich relativ schnell wieder korrigiert hat man sieht das hier in diesem chart ganz gut also es gab quasi den börsengang und direkt nach ja den oder nach den ersten handelstag und schon am ersten handelstag dann sieht man das sieht man hier im jahr im april 2021 ging es deutlich deutlich bergab von ja knapp 430 dollar die man nie wieder erreicht hat runter bis auf knapp 200 dollar dann gab es noch mal ein zwischenhoch man hat es gerade eben beim bitcoin gesehen da die kurve passt ganz gut danach sind die kurse hier wirklich ja die kurse wirklich abgestraft worden wir gucken uns gleich das noch mal im chart ein bisschen genauer an und das hat natürlich auch die aktie nach unten gezogen und jetzt gibt es aber mal wieder zumindest mittelfristig diesen weg nach oben und das ist auch das ziel wo man jetzt zumindest als anleger von coinbase wieder so ein bisschen anknüpfen möchte noch mal ganz kurz zur geschichte am 12 ging es los mit diesem klassischen send and receive business also man wollte es vereinfachen praktizationen ja zu tätigen in dieser welt der in dieser kryptowelt dann gab es investitionsmöglichkeiten es gab pro plattformen und man hat dieses ganze business immer mehr und mehr ausgebaut und man kann sich vorstellen natürlich mit zunehmender beliebtheit und das sieht man hier so ein bisschen mit zunehmendem wachstum auch der assets auf der plattform hat man auch ja diese assets genutzt oder diese liquidität die man dem damit kommt genutzt und ja weiter expandiert und das wachstum quasi genutzt um auch immer mehr und mehr services anzubieten das muss man aber sagen das ist jetzt so der rahmen bis zum q4 2022 das ähnliche sieht man hier auch noch mal im trading volumen also eigentlich nur nur aufsteigende kurse wenn man sich das ganze aber jetzt ein bisschen verschoben ansieht also wir sind jetzt hier im jahr 2024 dann gab es inzwischen noch mal deutliche auf und abs indem wir auch gesehen haben dass der peak hat wirklich erreicht wurde so im jahre 2021 und wir danach eigentlich sehr sehr starke oder abfallende wachstumskurven hatten und beziehungsweise dann natürlich auch diesen abwärtstrend ja der relativ schnell kam in den jahren 2023 und das hat dazu geführt dass coinbase nicht mehr weiter expandiert hat sondern zuletzt auch mitarbeiter entlassen hat nichtsdestotrotz hat man sich namen gemacht in der kryptowelt und man sieht hier so ein bisschen auch ein anteil der der des weltweiten kryptomarktes der ist deutlich geringer als von der großen börse beinance aber ich habe es ja gerade angesprochen ist das was eigentlich so ein bisschen transparent und zuverlässig ist und das sehen wir natürlich auch daran dass die etfs hier insbesondere alle bei coinbase ihre verwahrstelle haben wer sich jetzt fragt okay coinbase als plattform das ist ja irgendwie ganz spannend aber wie verdienen die denn eigentlich geld weil das der bitcoin der bei coinbase liegt der gehört natürlich den kunden man kann sich ein bisschen vorstellen ja transaktionsvolumen das ist so ein bisschen das womit auch geld verdient wird und das ist auch absolut richtig also wenn man das hier sich mal betrachtet ist das wirklich so der immer noch der bullenanteil mit dem mit dem umsatz gemacht wird allerdings und das sieht man hier rechts ist der große anteil und das ist der anteil den insbesondere vergrößern möchte der anteil der hat nichts mit dem reinen transaktionsvolumen zu tun hat und dieser anteil ist insbesondere dafür bekannt dass er in den letzten jahren stark gewachsen ist und auch so ein bisschen die stabilität des unternehmens gewährleisten soll und man möchte sich damit auch so ein bisschen unabhängig von den preisschwankungen der crypto assets machen da die natürlich prozentual ja sehr sehr oder das transaktionsvolumen sehr sehr stark prozentual an diesen assets liegt versucht man sich hier so ein bisschen damit zu befreien wir gehen mal weiter und schauen uns wirklich coinbase im snapshot an da wird vieles noch mal so ein bisschen klarer und man sieht noch mal so ein paar entwicklungen der letzten zeit ganz deutlich zu sehen ist dieser ja preisverfall eigentlich seit ipo also wer zum ipo investiert hat der hat seitdem nur eigentlich verluste hinnehmen müssen es gab man so diese zwischen hochzeit die wir hier gesehen haben allerdings ist man da auch nicht wirklich über den preis über den ipo preis gekommen sondern man hat eigentlich ja aber die ganze zeit mit sehr sehr stark fallen kursen zu kämpfen gehabt jetzt gab es wieder den anschub alles so ein bisschen auch dadurch getrieben dass sich die märkte die generell die finanzmärkte besser entwickeln und natürlich auch dieser hype rund um die bitcoin etfs was wir aber sehen dass mittlerweile aus coinbase ein relativ beständiges unternehmen geworden ist ich sage gerne relativ denn wir sehen es hier oben wir haben den umsatz mittlerweile im dritten quartal 2023 gehabt von ungefähr 670 millionen dollar davon ein ganz großer teil wirklich groß marge brutto marge aber und das sieht man hier unten oder hier rechts man erzielt noch nicht so wirklich gewinne es gab immer wieder phasen in denen gewinne erzielt wurden jeder kann sich vorstellen wann die waren natürlich dann als viel gehandelt wurde als krypto in jeglichen munde war kann man so sagen aber mittlerweile und ist es eigentlich so dass man relativ stabil geblieben ist denn ich sag mal so im jahr 2023 gab es einen oder im jahr 2021 gab es einen großen gewinn dann gab es einen großen milliarden verlust also man ist von drei milliarden gewinnen zu zwei milliarden verlust im jahr gekommen und jetzt pendelt man sich halt so ein bisschen um die nulllinie ein und dann merkt man so ein bisschen daran dass man jetzt auch so langsam vielleicht etwas erwachsener wird als unternehmen beständiger wird man hat mitarbeiter auch entlassen sich von kosten getrennt man hat diese extreme expansion ein bisschen eingestampft und er versucht jetzt eigentlich auf sondern etwas solideren fahrt zu kommen und das ist das was ich auch gerade eben angesprochen habe mit diesen etwas beständigeren wachstumsraten die man anstrebt und das ist auch das was man mit diesen etwas beständigeren umsetzen im rahmen dieser subscription revenues quasi anstrebt nichtsdestotrotz sehen wir halt wir haben immer noch kein oder wir haben mal wieder kein kgv weil wir halt über die letzten jahre immer noch sehr sehr viele starke schwankende starke schwankungen haben wir haben kursumsatzeiten ist von zwölf also was immer noch relativ teuer bewertet ist die umsätze wachsen zwar jetzt wieder aber in keiner atemberaubenden geschwindigkeit was wir aber sehen und das ist das was kommen was auch so ein bisschen ausmacht wir haben schon längere zeit immer positive cash flows gehabt und damit untersichert sich das unternehmen auch so die ja die sicherheit der investoren denn man hat rund fünf milliarden immer noch an cash auf der bank liegen das heißt fünf milliarden die über viele jahre potenziell noch reichen können zumindest wenn man in diesem rahmen weiter agiert oder halt sogar für zuflüsse sorgen können und das sieht man hier an diesem positiven cash flows oben die dazu geführt haben dass sogar sich der cash bestand von 20 22 auf 20 23 wirklich verbessert hat bevor wir jetzt gleich noch mal in die zahlen reingehen noch mal so ein bisschen zur aufteilung und zur segmentierung von diesem rahmen transaktionsvolumen und subscription revenue denn ja wie mal das meiste dass der löwen unter der bullenanteil des umsatzes wird immer noch über dieses transaktionsvolumen generiert da sind wir ungefähr bei 75 prozent des umsatzes und das waren so knapp 2,36 milliarden dollar im letzten jahr wenn man sich dann diese subscription fees also diese abonnement gebühren anguckt und all das was im service hängt dann sind das mittlerweile 25 prozent des umsatzes das ist auch sehr stark davon getrieben dass wir aus einem anderen zinsumfeld befinden denn ja coinbase kriegt auch tatsächlich zinsen für für teile natürlich dieser assets coinbase kriegt auch kreditgebühren die kunden aufnehmen und diese natürlich höher wenn wenn die zinsen höher sind und all das führt dazu dass dieser anteil größer geworden ist aber das freut grundsätzlich die anleger denn das sorgt für mehr sicherheit und man sorgt auch dafür dass man nicht so sehr stark schwankende umsätze hat natürlich hat man sie trotzdem noch 75 prozent sind immer noch ein großer anteil und das ist so ein bisschen das was ich auch ja in den letzten zahlen auch gezeigt hat also wir sehen hier das sind jetzt die drei monats zahlen im quartal ja oder im dritten quartal im september 30 hier 20 23 zu 20 22 und was wir sehen ist halt das transaktionsvolumen ist immer noch ein großteil macht immer noch ein großteil des umsatzes aus und was wir halt auch sind dass dieses transaktionsvolumen halt zurückgegangen ist und das sehen wir gleich noch mal in ein zwei statistiken hängt auch stark damit zu sagen dass viele crypto enthusiasten oder vielleicht auch nicht die enthusiasten dazu übergegangen sind ihre ja coins ihre crypto währungen zu halten und nicht mehr so stark zu handeln das heißt dieses thema hodeln ist vielerlei munde und das führt einfach dazu dass ja wenig bewegung in den märkten ist und wenig bewegung führt hat zu gängigen transaktionsvolumen obwohl ja wir tendenziell eher etwas stark oder etwas steigende kurse gesehen haben man sieht aber hier unten noch mal diesen subscription teil runtergebrochen und der ist halt stark angestiegen und dieser stark ansteigende teil hat sogar in diesem quartal dazu geführt dass man überhaupt dieser transaktionsvolumen lag möchte man das so ja das ist so ein bisschen schwierig zu sehen denn ja eigentlich ist das natürlich so ein bisschen das kerngeschäft es gibt jetzt auch diesen stablecoin der auch noch so ein bisschen dafür verantwortlich ist und nicht so ein zwitter zwischen zwischen beiden revenue parts ist wir sehen aber halt auch dass zum beispiel hier das interest einkommen das auch also das zinseinkommen dazu führt dass wir hier natürlich auch ja wieder steigende einnahmen haben also im kern kann man sagen dass die gesamt der gesamt umsatz ist gestiegen allerdings hat insbesondere durch diesen unteren part den man eigentlich ja auch bevorzugte aber in der historie und das habe ich gerade eben erzählt eher der schwächere part war und man hier eigentlich das größere potenzial in den letzten jahren gesehen hat wir noch mal weiter und da sieht man das so ein bisschen im vergleich ja hier jetzt mal so ein bisschen die die märkte im vergleich ich habe es ja gerade eben angesprochen coinbase ist jetzt hier nicht der die börse die das höchste trading volumen abbildet das ist seit langer zeit beinens und die sieht man hier in diesem gelben part abgebildet also die machen wirklich in den sehr sehr großen anteil am transaktionsvolumen an an transaktionsvolumen an coinbase und das sieht man hier in diesem blau das ist nicht ganz so gut zu erkennen ist er so bei ja fünf bis sieben prozent und ist damit auch ja nicht marktführer mecher und auch deutlich nicht marktführer aber halt in einem relativ beständigen niveau und halt in dem niveau wo man sich so ein bisschen als ja also ein bisschen als das serie die seriöseste crypto bürse sieht weil man hat sagt wir öffnen uns den finanzbehörden wir öffnen uns regulierungen der börse und wir öffnen uns in dem sinne halt auch der aufsicht und das führt tendenziell natürlich zu eher positiveren gedanken ein zwei sätze zum ceo man sieht ihn hier einmal brain armstrong er ist gründer die von coinbase und immer noch ceo also treibt das geschäft seit 2012 deutlich voran hat auch immer noch rund 19 prozent der aktien in coinbase sein mitgründer hat das unternehmen schon 2017 verlassen das heißt er ist insbesondere halt das mitglied was am längsten im unternehmen dabei ist und er ist derjenige der das ganze auch in vielerlei hinsicht vorantreibt viele haben ihn sehr sehr lange zeit natürlich als sehr starken visionär gesehen ab und zu wird auch mal ein bisschen kritisch gesehen weil er natürlich mit dieser regulierung auch so ein bisschen die unabhängigkeit der crypto börsen ja anders darstellt er grundsätzlich ja ist aber schon ein schlüsselakteur in dieser finanzlandschaft gewesen und auch einer der akteure gewesen die das ganze natürlich stark vorangetrieben haben wenn wir jetzt wirklich mal in die q3 ergebnisse noch mal so ein bisschen reinschauen jetzt mal so ein paar von fxc intelligence da sieht man so ein bisschen wo denn die probleme legen und warum dieses subscription teil auch mittlerweile der der größere anteil ist oder vielleicht auch künftig der größere anteil ist man sieht sie ganz oben ganz gut wir hatten ja im jahr 20 noch kaum volumina dann haben wir diese spitzen gesehen an transaktionsvolumen im jahr 2021 großteil dieses transaktionsvolumen auch vom bitcoin ausgelöst muss man sagen also es wurde viel bitcoin gehandelt als absolute leitwährung und danach sieht man halt nur noch diesen verfall hier runter und dementsprechend sieht man auch das bitcoin mittlerweile sogar ja fast den geringeren anteil macht hier ethereum sieht man auch in dem oberen plan in oberen bereich und auch noch die asa assets und wie gesagt dieser stablecoin der jetzt dazu gekommen ist was man aber halt sieht ja das volumina ist deutlich deutlich abfallen und ist die anleger tendieren eher dazu ihre assets zu halten nicht zu handeln und das gefällt den börsen natürlich eher weniger die prozentual am transaktionsvolumen verdienen deswegen ist das so ein bisschen das neue thema subscription services das ist das was man hier in gelb sieht und das ist so das neue steckenpferd wie gesagt vor kurzem oder im jahr ganzen jahr 2022 kaum oder nur ein deutlich geringer anteil wir haben dieses gesehen 25 zu 75 prozent jetzt ja wird dieser anteil immer immer größer und macht mittlerweile einen größeren anteil der ergebnisse aus und sorgt aber halt auch für diese stabilität weil man sieht ja dieser anteil wächst eher leicht und während dieses transaktionsvolumen oder die kerzen transaktionsvolumen natürlich noch deutlich stärker schwanken das sieht man auch in den ergebnissen von coinbase in diesem fall also wir sehen es wir hatten verlustreiche jahre wir hatten jahre hier sieht man auf der achse die ebda marge am getragen also eine kennzahl für die gewinnmarge die waren deutlich negativ sind in der zwischenzeit nicht mal positiv gewesen insbesondere natürlich in den hochjahren hatten wir sehr sehr gute jahre in dem wir viel viel gewinn erzielt haben oder auch dann in diesem falle ebit der margen erzielt haben und sind dann aber deutlich abgestraft worden minus 20 bis 30 prozent in dieser sehr sehr starken phase in der ja es den mit den verfall der kurse gab und dementsprechend auch ja den deutlichen rückgang des transaktionsvolumens und jetzt pendelt man sich so ein bisschen wieder deutlich besser ein natürlich ist das jetzt nicht der rohgewinn da hinten kommen noch viele viele kosten dazu wir haben gesagt in den letzten jahren fast teilweise minus 80 prozent mal gewinnmargen gehabt und sind natürlich von dem hoch absolut zurückgekommen jetzt stabilisiert sich das ganze aber so ein bisschen habe ich alles schon mal so grob erzählt hier sieht man noch mal anders aufgesteuert was noch ein weiteres thema ist über das natürlich viel gesprochen wird ist das thema bitcoin halfing also da geht es darum dass das immer weniger bitcoins am ende produziert werden können es gibt ja eine maximale anzahl der bitcoins die produziert werden können und diese geschwindigkeit muss natürlich irgendwie abnehmen das ist das ganze was so ein bisschen ja abgetragen ist wir wollen jetzt nicht zu sehr ins detail gehen im kern sieht man aber dass das tendenziell natürlich dazu führt dass der preis steigt denn ja es ist eine art verknappung und diese verknappung ist eigentlich eher preisfestigend und das ist das was wir in der vergangenheit gesehen haben muss man aber auch sagen dass man hat oftmals vor phasen in denen der bitcoin auch deutlich an beliebtheit hinzugewonnen hat das sieht man hier so ein bisschen in diesen spitzen und jetzt ist halt die große frage wie geht es weiter wenn man so ein bisschen in die zukunft von coinbase blickt und das machen wir jetzt noch mal bevor wir gleich uns noch mal etwas intensiver kurz dem chart widmen da sieht man dass man hat im kern eigentlich sagt wir sehen aktuell crypto noch als asset plattform dafür haben wir diese lösungen in der zukunft sehen wir aber crypto als deutlich in dem rahmen dass man das finanzsystem schon verändert also man hat schon noch diesen kerngedanken hier deutliche veränderung voranzutreiben und auch in der zukunft will man quasi die gesamte globalisierung vorantreiben und für all das bietet man schon lösungen an das ist quasi die strategie von bitcoin von coinbase und die große frage ist jetzt ja wie spiegelt sich das ganze im kurs wieder man sieht daran ein paar interessante sachen und deswegen habe ich das ganze mal diesmal etwas intensiver mitgebracht wir sehen hier mal den wochenchart von coinbase und wir sehen hier so ein paar besonderheiten kann man so sagen also man sieht grundsätzlich natürlich einen deutlich abnehmenden trend also einen trend der ja von 430 dollar kam und im tief so ja bei ungefähr 30 doll anlag und wenn man hier mal so die fibonacci retracements einzeichnet dann sieht man tatsächlich an ein paar stellen ein paar besonderheiten denn man sieht dass wir natürlich hier unten einen sehr starken widerstand haben wir sehen aber auch tatsächlich dass sich ja nicht nur bitcoin sondern in dem fall auch coinbase ganz gut technisch eignen denn man weil wir sehen an eigenen stellen wo es sich immer so ein bisschen wieder knackt wir sehen das letzte oder den letzten hochpunkt den letzten kurzen hochpunkt hier aber ungefähr 185 us- dollarn und auch das war natürlich hier so ein wichtiger punkt ich habe hier oben drüber noch mal einen weiteren widerstand eingezeichnet also man kann hier so ein bisschen spielerisch werden aber eigentlich passt es hier grob schon irgendwie rein man sieht ziemlich hier oben auch hier gab es mal so einen punkt im märz 2022 wo es mal so ein bisschen geknackt hat wo es eigentlich so sich eine unterstützung ausgebildet hat die dann am ende aber zum widerstand geworden ist und das ist auch tatsächlich der widerstand an dem wir zuletzt hier hängen geblieben sind wir haben jetzt mal die 50 tages oder 50 wochen linie dabei denn hier so alt ist die aktie noch nicht wie wir gerade eben festgestellt haben die hier als unterstützung dient wir sind aber grundsätzlich lange zeit in diesem roten deutlichen abwärtstrend gewesen und der hat sich wurde erst hier vor kurzem eigentlich gebrochen hier im oktober 23 und seitdem bildet sich halt auf dieser blauen linie jetzt mal wieder ein aufwärtstrend auf der hat wie gesagt an diesem retracement die auch hängen geblieben ist an diesem widerstand hier hängen geblieben ist und hier ja könnte es sein dass sich natürlich so eine formation auch in der zukunft aus oder oder bildet die ja auch dann wieder so ein wenn man jetzt rein charttechnisch drauf bringt wieder ein ganz interessantes muster bilden könnte es bleibt so ein bisschen spannend was hier jetzt so passiert in den nächsten tagen und wochen wie diese kerzen hier weiter verlaufen wenn man rein auf den bitcoin schaut dann sieht der natürlich so ein bisschen positiver aus denn wir sehen hier so eine ja lange seitwärtsphase aus der wir ja mal wieder ausgebrochen sind seit langer längerer zeit wir sehen es hier im oktober haben wir einen deutlichen schub nach oben und dieser kanal oder dieser trendkanal ist eigentlich auch immer noch intakt also wir haben hier zwar das hoch gesehen und hier bleiben wir auch gerade wieder so ein bisschen hängen wir haben es in den letzten wochen auch gesehen da ja war es relativ schwierig oder war es mal wieder etwas schwieriger für für den bitcoin aber wir sehen wir sind grundsätzlich noch in diesem positiven trendkanal und wir wissen am ende hin coinbase und der ja die aktie von coinbase sehr sehr stark auch an diesen entwicklungen bitcoin ist immer noch so mit ja der löwenanteil auch wenn das ganze sich wie wir gesehen haben so ein bisschen dreht ihr kennt die frage die ich an der stelle stelle also was machen wir mit der aktie von coinbase nehmen wir sie auf in unserer market roundup depot wir sind schon ein bisschen über die zeit deswegen springe ich gerade mal ganz kurz durch die letzten beiden themen denn wir sehen hier nochmal ganz kurz abgebildet was ist pro und contra auch das haben wir eigentlich schon so grob zusammengefasst ihr dürft gerne einmal abstimmen das wäre tendenziell auch mit einer der letzten aktien die wir wenn ihr das ganze positiv seht kaufen würde ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch was das thema coinbase und kryptowährungen grundsätzlich betrifft wir sehen haben relativ positive bewegungen in der vergangenheit gesehen wurde viel getrieben jetzt aus dem thema bitcoin etfs raus es ist die große frage wie werden jetzt wirklich die zuflüsse sein aktuell skizziert sich so ein bisschen das bild dass man vielleicht etwas zu euphorisch war aber so richtig klar werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten wochen und monaten haben und das werden auch die nächsten coinbase zahlen dann am ende wieder bringen wir werden uns dem ganzen etwas intensiver und technischer und ja analystischer nochmal heute nachmittag widmen also kryptoaktien werden im fokus sein wir gucken uns coinbase nochmal in zahlen an wir gucken uns micro strategy nochmal in zahlen an und dann geht es nächste woche wieder weiter mit dem market roundup und den aktien basis kurs die abstimmung ist im vollen gange ihr seid noch sehr sehr unentschlossen das kann ich gut verstehen ich lasse ihn nochmal ein bisschen laufen während wir hier gleich einmal weiter gehen bis dahin 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 bis dah